Einen wunderschönen guten Morgen hier aus Münsterland. Wir sind heute beim Nissan Brümler in Münsterland. Wie heißt der Ort hier? Altenberge. Wir sind hier und holen unseren Nissan GT-R ab. Was für ein Nissan das ist, lasst euch überraschen und kommt rein. Und zwar den. Nein, so was. Schon besser. Wer hätte es gedacht, dass der Weltseken GT-R fährt. Das habe ich wirklich mir nie gedacht, dass ich das machen werde. Aber, wieso nicht? Wieso nicht? Wieso nicht? Wieso nicht? Ja. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich bin nicht der Renntyp. Aber, ich habe mich entschieden, jetzt einen GT-R zu holen und ein bisschen Rennsport zu betreiben. Spaß muss sein, machen wir mal schöne Bilder für euch. Natürlich bauen wir natürlich ein Body-Kit dafür, das ist ja schon klar. Aber, ob der White Body wird oder nicht, werden wir noch sehen. Erstmal seid gespannt, welches Modell wir hier abholen. Guck mal, da ist Markus. Ich glaube, das ist nicht so schlimm hier mit dem Abstand. Nein, nein, wir sind ja außerhalb des Kreises Wadendorf. Achso, das passt das hier. Und wir haben die Corona-Maske in der Hand. Achso, das ist übrigens der Markus Prömmler, viele kennen ihn. Sehr gut. Das ist der Europas größte GT-R-Händler, ist das so? Sagt nichts an, ja. Ja, okay. Das schauen wir uns hier alles an. Ja, GT3 war ich ein bisschen runder. Ja, also der Stadt hat da mit unglaublichem Puffer, als ich so mit 50, als ich gerollt bin. Dann nimmst du so die ganze Haptik im Auto wahr und freust dich über die tolle Verarbeitung. Nex Carbon, schönes Leder, tolle Appositionähte und dann fährst du halt auf die Teststrecke, die wir so mit dem GT-R fahren und jetzt lässt es mal ein bisschen fliegen. Und dann ist der schlechter beschleunigt von 485 PS GT-R, finde ich. Also der dreht schön, aber der hat halt nicht so einen richtigen Antrieb. Ja. Die Kurve fällt natürlich unglaublich gut, also der biegt echt voll ab, das macht aber so gut, dass es schon wieder fast emissionswertig ist. Also du merkst so wenig, also im GT-R merkst du ja, wenn er vorne schiebt oder dass hinten das Heck leicht wird, dann ein bisschen zucken und das habe ich hier noch nicht gefunden. Vielleicht war ich noch zu langsam, ich weiß es nicht, aber das war schon zu gut. Den habe ich jetzt noch mal ein bisschen Spaß darauf hinunter belegt. Der hat den Antrieb von so einem 800 PS GT-R. So fühlst du es an, der geht echt vorwärts, schönes Auto, genauso geil wie andere auch. Was würdest du jetzt unabhängig von Marke, weil du jetzt Nissan betreibst? Ich habe total die Nissan-Brille auf. Ja. Ich finde, ich liebe dieses, auch nach 13 Jahren Verkauf, liebe ich einfach den GT-R. Okay. Und ich finde, es war so geil. Wirst du selber auch rennen? Oder? Ja. Also ich habe irgendwann mal eine Lizenz gemacht, bin RCM mit VLM gefahren, nicht mit dem GT-R, sondern mit anderen Fahrzeugen. Wir haben jetzt selber einen Rennwagen aufgebaut, beziehungsweise schön drin. Oh, okay. Ein Nissan Micra. Ein was? Ein Nissan Micra. Okay. Habe ich sowas hier? Ja. So ein Auto. Falsch. Ja, ja. Ich habe die Europa-Premiere gemacht auf der Essen-Motorshow. Da haben wir im letzten Jahr ihren Stand gehabt für Nissan Deutschland. Ja, ich habe die Europa-Premiere dort gemacht und wenn du so zwölf Tage auf so ein Auto drauf guckst, dann kommst du auch mal auf komische Ideen. Und da dachte ich mir so, irgendwie hat der so ein bisschen Ähnlichkeiten mit Clio. Ich wusste natürlich, dass er aus dem gleichen Werk kommt. Da habe ich mir gedacht, es wäre vielleicht eine gute Idee, wenn man sowas mal selben baut. Laut Reglement geht das. Okay. Kannst einen Werksmotor einbauen. Also wir haben Nissan die Geschichte dann erzählt, diese Idee. Und in Japan hat man dann entschieden, dass man uns fünf Micras schenkt. Und dann haben wir fünf Vorserien Micras tatsächlich geschenkt bekommen. Und einen haben wir komplett zerlegt, komplett gestrippt. Die Rohkoste wieder verstärken lassen, komplett drauf. Und so entstand dann ein Micra, der im Grunde genommen so viel wert ist, wie ihn gebraucht hat. Hast du dann hier? Der steht dann mit einem Münster. Okay. Ein geiles Auto. Ist in Spark ungefähr genauso schnell wie in Serien GTR. Oh. Quatsch. Ehrlich jetzt? Boah. Okay. Aber wir arbeiten immer noch dran. Wir werden das Auto zum ersten Mal dieses Jahr auch einsetzen bei der RCN. Und wenn die VLN tatsächlich so spät fährt, dann kann es auch sein, dass wir vielleicht sogar sogar noch 24 Stunden Rennen fahren. Wow. Also gebaut ist er nach dem Reglement SP2T. Aber wenn du die Rennenerfahrung schon hast, quasi bei den Performance und so weiter, vielleicht können wir zusammen ein Bulleckin bauen. Für meinen neuen Nissan. Super Idee. Ja, oder? Super Idee. Ja, da gibt es eine ganze Menge, was man noch machen könnte. Technisch. Technisch, ja. Also muss es optisch auch so ein bisschen sein. Also wegen mir. Ich bin schon eher der optische Typ. Ja. Aber wenn wir das so ein bisschen mixen, glaube ich, das wird ein guter Mix. Ja. Das Auto ist schon von Williams, vom Formel 1 Team entwickelt worden. Aha. Ehrlich? Ja. Der erste LISMO ist im Grunde genommen immer noch ein Vor-Serien Prototyp. Oh, okay. Von der Entwicklung. Und das ist jetzt die Endlösung. Der 2.20 hat auch keine andere Aerodynamik. Er hat nur ein bisschen zu entlüften. Okay. Von NISMO gibt es dann ein sogenanntes EnerTech Package. Das EnerTech Package macht dann aus dem NISMO das TimerTech Auto. Okay. Da gibt es ein Optik-Paket. Das kostet 60. Und es gibt ein Optik 60.000 Euro. Nur die Optik? Ohne die Optik. Ohne die Optik. Ohne die Optik. Du bekommst einen kleinen Front-Spoiler. Also eine Gummilippe, die du unterklebst. Okay. Du bekommst eine kleine Carbon-Leiste, die oben draufklebst. Du bekommst andere Puffmügel mit diesen Seifenschalen mit diesen ganz kleinen Spoilern. Fertig dran. Ja. Andere Bremsbeläge. Okay. Hä? Ähm. Ich glaube das war es schon. Für 60.000 Euro? Du bekommst den Spoiler noch etwas höher. 2 Grad weniger Anstellwinkel. Ja. Und das ist ungefähr auf Dachhöhe. Das nennt sich auch der EnerTech Spoiler. Boah. Sieht geil aus. Ja, aber 60.000 Euro ist eine Hauptnummer. Wenn du die Technik haben möchtest, also wenn es nicht mehr so aussehen soll, wie das Time Attack Auto, sondern auch technisch so sein soll, dann kostet der Spaß 116,9 Euro. Nur Teile? Ja. Und dann kannst du gegen Aufpreis übrigens nochmal Recaro Sports, nein Recaro Cool Position bekommen mit Carbon und es beinhaltet noch eine hintere Rückwand. Das ist alles zu den 120.000 Euro? Das ist dann 120.000 Euro drin, bis auf die Recaros, die zahlst du dann nochmal extra. Also nicht so teuer. Also man kann theoretisch auch alles. Also was kostet so ein Nissan voll ausgestattet mit allem drum und dran? Die höchste Liga, die es gibt. Also einen EnerTech habe ich nie vollständig gebaut, weil es gibt in ganz Europa nur einen einzigen Fürsten, der es bestellt hat. Oh, okay. Jetzt in England, da sitzen ja meistens die Verrückten. Okay. Es gibt so ein paar Sachen, die man halt machen kann. Man könnte halt vorne die Aerodynamik noch ein bisschen verbessern. Du weißt, die Luft tritt hier vorne auf und in diesem Bereich hast du ja eine größere Fläche, wo die gleiche Luft auftritt wie hier. Aber es sinkt ja hier ein bisschen der Luftdruck. Und hier könnte man den Luftdruck noch ein bisschen erhöhen, indem man solche Sachen ein bisschen nach vorne zieht. Welche Sachen? Entschuldigung? Also das hier zum Beispiel. Das könnte man ein bisschen weiter nach vorne machen. Ja. Das hier könnte man ein bisschen höher führen, weil dann auch der Druck höher wird. Man muss ja Anpressdruck erzeugen. Was ist, wenn man das öffnet? Ist das die besser? Und quasi die Luft hier raus macht? Oder auf die Bremse? Nee. Nein? Ist eigentlich nicht gut. Also die Luft geht ja hier rein. Ja. Und hier ist dann der Ölkühler. Ah, okay. Oh, okay. Und das hier ist eigentlich nur ein Fake, damit es optisch so aussieht. Ah, so gleich aussieht. Ja, okay. Und dahinter macht man eigentlich einen Getriebeölkühler. Zumindest 2008 und 2009 und 2010 hat das noch Sinn gemacht, weil da was getrieben ein bisschen schwächer ausgelegt. Da kannst du auch in der Nordschleife so anderthalb Runden fahren und dann auch schon im Rundenbereich. Was läuft denn am meisten? Von der Farbe her? Ich habe das Gefühl immer das, was ich nicht da habe. Also meistens habe ich ein paar schwarze und ein paar weiße. Also weiß, schwarz und grau. Das ist das, was ich habe. Orange verkaufen ich relativ selten. Ich finde am besten immer schwarz. Folieren kannst du immer, sag ich. Hast du deine Lieblingsfarbe, was auch immer. Bei schwarz kommt die Kanten. Bei weißen verlierst du immer die schwarze Kanten. Und weiß ab Jahren sieht halt am größten aus. Da kannst du auch die Form schön wahrnehmen. Schwarze sind dagegen ein bisschen in Form. Die gehen kaputt. Und das Karol verschwindet auch so ein bisschen. Weiß ist dann ein bisschen dominanter. Also ihr tunnt die auch, die Autos? Ah, okay. Früher haben wir das gemacht mit Corp Access Board, dass wir selber noch keine Ahnung haben. Und dann haben wir mit STN zusammengearbeitet. Wir machen am besten selber. Ich meine, wenn du die Rennepfahrung hast, ich meine, du sitzt ja am besten am Zug. Die großen Hersteller, für dich, die bauen für alle Autos. Du baust nur für das Auto. Und du weißt, wie der wirklich so tickt. Für dich. Nichts gegen die alten Hersteller. Aber... Ich verkaufe auch nie was, was ich nicht vorher auf der Rennstelle getestet habe. Wenn wir eine neue Stufe bauen, dann fahren wir meistens, das ist mir in das Cabi, da leihen wir den Ismo-Zachs-Fahrer für den Schrauß zum Beispiel an. Und wenn der das Ding zwei Tage lang so richtig einen Arsch tritt, und es dann hält, dann glaube ich, dann schaff es auch kein Kunde. Geräusche haben wir auch. Müssen wir einmal auf die andere Seite gehen. Als ich 2016 in Dubai war, da habe ich mir eine Haushaltsreise nachgerührt. Ja. Mit ein paar Jahren Verspätung. Der Mura war mit dem Ismo-Team in Dubai. Okay. Ich sag, ey, ihr verdient die Erde und ich bin nicht dabei, kann ja nicht sein. Ja, komm rüber, Marc. Und da habe ich das Ding zum ersten Mal gesehen. Das ist eine Ausführung, die gibt es ausgeschrieben. Und das Ding ist nur mit weißem Leder, rotem Keder, ganz viel Holz. Also eher so nichts für uns Europäer. Und fahren konnte ich ihn nicht. Ich habe ihn dann in den USA mal gefahren. Zwei Wochen lang. Und war total in love. Ich dachte, sowas müsste ich haben. Die gibt es natürlich nicht als Nismo da. Also habe ich mir ein Nismo-Kit besorgt. Ich habe das Ding über Kanada importiert, mit einer schwarzen inneren Städte. Oh, okay. Und in Hin und Weg, wenn du mit dem mit 215 über die linke Spur fliegst, das ist so ähnlich wie bei Leonardo DiCaprio, als er vorne auf der Titanic steht und sagt, ich bin der König der Welt. Ungefähr so fühlt sich das auch. Was ist deine Leistung? Der hat 400 PS aktuell. Also da wollte ich eigentlich noch dran. Gedankt war eigentlich, dass ich das mit Grip drehe in Portimao. Okay. Da wollte ich den so 900 PS GTA geben, den Rennliga geben und den Armada. Und dann kam Corona. Kann man das hören? Kann man gut hören, was er sagt. Und dann kam Corona. 900 PS in dem SUV. Ja, okay. Ja, wir haben ja noch einen anderen im Bau. Wir bauen gerade noch einen 700 PS Atlas. Den kennst du auch nicht von Volkswagen. Nein. Zeig ich dir. Okay. Das ist ein VW Atlas. Den haben wir... VW Atlas? Ja. Den gibt es nur in den USA. Ja. Und da haben wir gesagt, das ist 230 PS net. 500 werden besser. 700 werden perfekt. Ja, dann haben wir mal geguckt, was da drin ist. Und den Motor mal ausgebaut. Und jetzt fettigen wir gerade erst ein Prototychen-Teilung. Und machen daraus halt eine Turbo-Version. Wir bauen daraus... Wir machen jetzt dafür ein Bolt-On-Kit. Ist das neu? Ja, das ist neu. Ja, das ist neu. Oh, okay. Ja. Also das Auto ist frisch auf dem Markt. Und es gibt halt noch niemanden weltweit, der es gemacht hat. So habe ich gedacht. Brauche ich doch mal. Erster. Ja. Also ich glaube, der Markus Brümlade ist so verrückt und süchtig nach Leistung. Hier nach Whitebody. Ja. Ja. Es kann nie breit genug werden. Wobei, ich gestehe ja einen, ich habe mir auch schon mal einen Whitebody gekauft. Oh, okay. Ich habe es sogar nicht angebaut. Ich habe mich einfach nicht getraut. Das ist Kurve. Welches Auto? GTR. Okay. GTR. Ich habe einen. Von Sea West, glaube ich. Nicht irgendwo auf dem Laden. Sea West? Ach, vom links hier auch. Ist nicht so rückend. Ja, das ist schon sowieso klar. Das hier ist unsere Reifenstation. Hier haben wir eine Hunter-Montiermaschine. Morgen. Und wenn du das Werbevideo von Hunter noch nicht gesehen hast, dann musst du dir das mal antworten. Ist das so? Ja. Ist das so ein Lafarami? Ja. Ich glaube schon. Also ich glaube, ich wüsste jetzt oft eben, weil keiner die besser ist. Da kannst du halt die Randflat-Reifen in wenigen Minuten montieren und sonst brauchst du halt mit dem Original-Nissan-Spezialwerkzeug. Original-Spezialwerkzeug von Missa. Brauchst du halt eine Stunde. Und was auch ziemlich geil ist, ist, dass da eine Kamera dran ist hier, die das Ganze, die die mutatische Vorgang mit aufzeichnet, damit du dem Kunden beweisen kannst, dass die Macke, die jetzt dran ist, vorher schon dran ist. Also, da wurde echt an alles gedacht. Okay, cool. Muss ich mich anbauen. Hier haben wir ein paar sehr mittel Reifen, die habe ich letztes Jahr von Nangang zum Testen geschickt bekommen und die habe ich dann mal getestet. Da habe ich von Yokohama die neuen A005 bekommen zum Testen und diesen habe ich dann mitgenommen. Ich habe angegriffen, nach der halben Runde, drei Viertel war die Runde, war ich zwei Sekunden schneller als die schnellste Runde auf den Yokohamas. Er entzahlt zwei Sekunden. Die erste schnelle Runde mit dem Reifen. Und dann kann man die weiße Fahne, dann musste ich abbrechen. Also, das Ding kann was. Allerdings, ich würde damit nicht im Regen fahren wollen. Nein. Das kann ich mir vorstellen. Aber er macht noch so ein bisschen Abrollgeräusche. Aber das Ding hat grip. Ich bin ausgestiegen aus dem Auto und gefühlt bin ich zwei Stunden ums Auto gelaufen und habe jeder, die da vorbeikommen, erzählt, wie geil dieser Reifen ist, was ich gerade erlebt habe. Aber ich konnte es nicht fassen. Das war das effektivste Tuning, was ich jemals gemacht habe. Diesen Reifensquant hier. Was ist das denn? Ah, das kennst du die Einkaufspreise. Ah, das Einkaufspreise, ungefähr. Ich glaube so knapp 300. Der Yokohama liegt unter 500. Ja, deswegen ja. Ich wollte es nicht so sagen, aber ich kenne von GTR, ich habe ein paar Kunden mit GTR. Und ich kenne die Preise, die sind anders als 300. Ja. Oh, schön sauber hier, ne? So sieht das eigentlich immer aus. Okay. Ich habe mit mehreren Anläufen eine Aufsitz-Skruppmaschine gekauft, die da vorne steht. Ich bin immer losgegangen, ich dachte mir, ich will sowas haben, wo die Leute sich draufsetzen und dann durch die Gegend fahren. Ja, weil ich will nicht, dass sie die Handmaschine nehmen und sich abnehmen. Weil da hat ja keiner Bock drauf. Ja. Aber wenn da ein Ölfleck ist und die können wir eben drauf springen und ein bisschen drüber fahren, ja, ist klar. Und ich bin entspannend, dann macht das jeder. Und das ist im Grunde der Schlüssel, warum es hier so sauber ist. Die haben Spaß, kommen sauber zu machen. Ist Leistung serienmäßig? Ey, die Leistung ist serienmäßig. Das ist so meins. Das ist etwas toller. Ja, hier liegt gleich noch vor. Morgen fahren wir gleich auf Track Day. Und den bereiten wir jetzt vor. Das Auto, was wir mal gebaut haben, das ist ein Vorserien-Auto. Und hier ist... Come on! Ach Quatsch! Alles? Hier ist nicht mehr viel Blech dran. Oh! Komm schon! Der ist 300 Kilo leichter. Oh! Okay. 300 Kilo. Ja, das ist ja heftig. Das ist eine Welt. Ja. Und der hat immer noch Allrad und der hat 700 PS. Boah! Und ein bisschen. Da haben wir eine sehr gute Bremse drauf und unsere italienischen Schmiedefelgen, die auch Verzahnung haben auf beiden Seiten, damit der Reifen nicht prutscht. Das ist auch ganz wichtig. Oh, okay. Also auf dem GTR kannst du nicht jeden Reifen drauf machen. Meinst du die Reifen rutschen von der Felge? Quatsch! Ja. Wie bei der Leistung an dir? Ich weiß ja, dass bei Breitbauten, Breitfelgen aufgebaut werden und ich weiß, dass da ab und zu viel Unwucht gibt in den Dingern. Okay. Und die Hauptursache ist wahrscheinlich so, dass die Verzahnung fehlt. Wenn du eine runde Nordsteil fährst und du hast keinen drauf, wandert der eine Viertelumdrehung. Boah! Der Reifen. Wir müssten jetzt mal einen hochnehmen und erkläre ich dir noch einen anderen. Also du musst durch den Dämpfer im Grunde eine Linie ziehen und die Linie muss unten in der Mitte der Felge auf den Boden treffen. Dann hast du den perfekten Punkt. Oh, okay. Das funktioniert der Dämpfer schlecht. Also ich... Es ist vieles, was man nicht gut machen kann. Ja. Also man muss aufpassen. Deswegen, wenn wir ein Kick mit dir machen, sollen wir machen? Sehr gern. Er erklärt wie, wir bauen es. Also man muss ein paar ergonomische Hilfen geben. Also vorne könnte man ein bisschen breiter werden. Das sind 345 Reifen. Das ist ein 345 Reifen. Das ist ein 345 Reifen. Das ist ein 345 Reifen. Boah! Was willst du denn da auch machen? Weißt du was? Gibt es keinen Abluft für die Bremse? Von der ganzen... Weil ich meine, hier staucht sich ja unnormale Hitze hin, oder nicht? Ja. Also es wäre gut, wenn der eine Bremsflüfte hätte. Ich weiß nicht. Die Bremsflüften, die es im Moment gibt für das Auto, sind eigentlich unzureichend. Wir haben eine entwickelt. Dann müssen wir drüben, die haben wir in Carbon und in Kepler gebaut. Das ist so ein 3-Sminer Schlauch aus Carbon oder aus Kepler. Okay. Damit kriegst du die Luftführung hin, dass sie direkt auf die Bremsen geht. Das heißt, die Luft wird hier unten tatsächlich gesammelt durch den Luftsammler. Beim normalen Auto ist es so, dass der hier gerade ist. Und diese Fläche, die steigt ein bisschen an. Und da würde er die Luft sammeln. Und dahinter sitzt dann quasi ein Trichter, der die Luft dann wieder auf die Bremse führt. Okay. Die Effektivste, die wir bis jetzt gefunden haben, alles andere, was wir mal gekauft, probiert, selbst gebaut haben, ist er schlechter. Das ist schön, dass du.